Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Teufelskreis anzunehmen bei Nathanos Pestwoofer in Zuldazar. An dieser Position Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf man sich nach Ogwimar begeben. Nun könnte ich meinen Umhang der Koordination benutzen oder irgendeinen Ruhestein, entweder nach Talavan und von da aus nach Ogwimar. Ich zeige euch aber wie es geht, wenn ihr auf alle Skulden habt. Ich meine, ist recht unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Dazu begebe ich mich jetzt zum Flugpunkt und von dort aus werde ich zu das große Siegel fliegen. Flugmeister, das große Siegel. Nun darf man dem Flug ein bisschen zuschauen oder AFK gehen. Falls euch mein Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Kann ich die ausblenden? Nein, die Weltquest kann ich nicht ausblenden. Egal. Im gewussten Siegel gibt es nämlich auch Portale zu den Hauptstädten. Zeige euch, wo die sind. Einfach hier Quad auslaufen. Und hier auf der linken Seite sind die Portale. Nun weiß ich nicht auswendig, welches nach Ogwimar ist. Muss sie also durchgehen. Silithus, Dönalfels und das ist Ogwimar. Das handelt Silbermond. Ok. Klicke es mit der rechten Maustaste an. Fast hätte ich linken gesagt. Damit könnte es auch gehen, wenn ihr es in den Optionen eingestellt habt. Aber das gehört jetzt nicht zu Quest. Nun darf ich hier hinausfliegen. Befinde mich nun an dieser Position und darf hier hinfliegen. Man könnte auch hinreiten oder hinlaufen, aber fliegen geht wesentlich schneller. So, und hier wartet Silvanas auf mich. Die Quest ist abzugeben bei Fürstin Silvanas Windläufer in Ogwimar an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Tschau. Schau. Schau. Untertitelung des ZDF, 2020